Breaking news, a heist is underway in downtown Los Angeles. The target, armored trucks. Sky5 News is reporting live on the increasingly chaotic scene. So, Datolo-Visier, Extended Magazine und den Schally drauf lassen. Ist doch ein Schally, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, wir lassen mal den Schally drauf. Ist ja eigentlich recht nice. Also schon. Dann noch mal ganz kurz gucken, wie schaut es aus mit Squat. Ja, passt auch. Ja, dann würde ich mal sagen, spawnen wir mal. Ja, da. Kurz mal Fraps neu geschaffen und los geht's. Denn das ist halt ein neuer Server und wer. Jo, Jo, Jo. So. Die sind auf jeden Fall die Cops. Und meine geilen Fahrskills sind mal wieder übertrieben geil. Braucht er mir nichts zu sagen. Braucht er mir echt nichts zu sagen, was ich wieder fahre wie der letzte geile Mafocke. Ich hab den sogar, achso, mit der P90. Ein bisschen komisch ausgepracht, ehrlich gesagt, wie ich den gekillt habe. Die gibt ja noch. What? Nein! Nein, du alter... Boah. Naja, drei Kills habe ich gemacht. Der eine hat mich gekillt. Ja, ja, ja. So, ein kleiner Motherfuck. Muss man ja auch nicht mal sagen, ne? Naja, lief nicht ganz super. Boah. Boah, da hatte ich echt, äh, Lack. Da hatte ich echt weniger Lack. Also irgendwie, äh, sind die Criminal Signies ganz schön hier, ne? Am Eierlutschen hör mir. Das weiß ich. Alter, die schaffen es ja schon wieder. Boah, jetzt ist die Runde gleich wieder vorbei. Boah. Nee, alter. Boah, wir spielen alle auf dem Modus. Wir wollen, dass die Runden nur zwei Minuten lang gehen. Ja, das macht zu viel Spaß. Oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, auf dem Modus, ja, okay, aber wenn ich gleich sofort so richtig so übertreiben von, ja, okay, äh, dann würden wir auch da, äh, wie, keine Ahnung, wat campen. Und die würden es gar nicht mehr schaffen. Aber trotzdem, das ist immer so nervig, dass die Runden so schnell vorbei sind. Weil die das total übertreiben, ey, mit dem Modus. Und ich glaub, hier war grad einer. Da vorne ist er noch. Und ich glaub, da oben hinter mir ist auch noch einer. Und zwar ein Sniper. Der ist ja immer noch da irgendwo. Da ist immer noch ein Heli. Oh, 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 oh. Alter, siehst du, da ist immer noch dieser Sniper. Ganz ehrlich, Junge, ganz ehrlich. Geh es mir hart auf die Eier. Ja, da kommen sie noch mit dem Heli, Mann. Was für eine Scheißwunde, ey. Aber ich bin ein Ingenieur, das ist eigentlich recht geil. Denn wenn der Heli kommt, geht der gleich mal eine Rakete ab. Und dann kann er sehen, wo er bleibt. Ich glaub, der ist ja schon am Start irgendwann. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber auch gut. Aber auch gut. Ist ja auch wunderbar. Super getroffen hab ich den Kollegen. Eigentlich super schön. Jetzt fliegst du nach Rom, oder? Was fliegst du mich denn im Arsch? Da! Alter, fuck. Alter, fack. Ich hab grad überhaupt nicht aufs Bild geachtet. Ich hab irgendwie nur auf der Minikarte grad geachtet. Irgendwie hab ich die ganze Zeit auch geguckt, wie der Heli jetzt fliegt. Flieg der jetzt wirklich nach oben? Aufs Gebäude da, und ach. Hör mir auf, alter. Ich spiel wieder wie der letzte abgefuckte Mongo irgendwie. mich so richtig schnuch mäßig was nun und da unten jetzt Noch ist hier niemand. Noch. Ja, der Aufzug wurde gerade gerufen. Und gleich kommen sie. Das war schon. Jetzt ja. Du bleibst tot. Ich habe schon mit Cover. What the fuck? Du musst mich verarschen. Ich brauche Unterstützung. Beide, auf die Stadt. Geh, das ist ein Kranet. Sprag, raus! Da glitscht der irgendwie erst mal am Boden entlang, da. Still a little sore. Geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Ich bin weg, Tschüssi. Pussy Mode on, Bitches. Da bin ich echt nochmal recht gut weggekommen. War nice. Gut, war doch nochmal recht gut. Zum Glück treffen die so gut wie nie mit der Shotgun. Finde ich echt schön. Die Spiegel sind nach unten. Spiegel ist nach unten. Ich hab einen Hellefunk. Okay. Das ist ein Kollege. Der mit dem Fahrzeug. Ich dachte schon, das wäre ein Feind. Ich dachte schon, das wäre ein Feind. Der mit dem Fahrzeug. Der Package ist fast weg. Oh, das Package ist oben. Oh, Alter. Und oben befindet sich keiner mehr. Oder was? Boah. Naja, 13,4. Trotz dass ein paar Akkills gemacht auf jeden Fall. War eigentlich eine recht gute Runde. Außer natürlich, dass es wieder die Runde schnell vorbei ging. Wie lange hat die mindestens gedauert? Moment. Gucken wir uns gleich mal an. Na siehste, 6 Minuten. Na von daher, bis gleich. So meine Freunde, da wären wir schon wieder. Wie schaut meins gut aus? Jawohl. Voll bis zum geht nicht mehr. Von daher können wir joinen. Und diesmal Criminals. Heißt also Bombeplanten a la Rush und dann Package neben a la Capture the Flag irgendwie ein bisschen. Könnte man wirklich sagen, ja. Erstmal ist es Rush und dann auf einmal Capture the Flag. So. Dann will ich gleich mal planten, ne? Na komm. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt plant ich. Und krieg gleich Punkte. Und ich höre schon mal. Fucker Healy. Was ich natürlich nicht so gut finde. Deswegen fick ich den erstmal überhaupt nicht. Ist da aber so geschnitten? Ja. Aber wohin? Wo ist der hin? Kommt der hier hoch? Ist der hier irgendwo? Ja, ist jedenfalls einer. Oben auf der Brücke ist auch noch einer. Ich hab ihn sogar gekürt, geil. Obwohl der gar nicht mehr da war, wo ich hingeschossen habe. Und ich werde hart geschossen von dem Healy. Ich hab nur noch 10 HP. Uli, uli. Das macht Spaß. Das macht Laune. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, wir haben's geschafft. What? Ah, von hinten, ne? Mann. Ja, 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 ja. Was? Was? Was schießt denn da? Wir haben jetzt mit vorne. Da mach ich sicher nicht mit. Da mach ich hundertprozentig nicht mit mit dem Schweiß. So. Was geht hier? Die halten Staunen. Warum auch? So. Dann schnell mal nach oben. Ich glaub, oben ist auch noch einer. Na. Na. Was ist das? Ey, 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 ey. Mann, warum kommt man denn nicht mehr nach da oben, ey? Boah, alter. Ich reiß hier auch nix, alter. Wo ist eigentlich dieses scheiß Package hin? Das ist schon beim Gebäude irgendwie, oder? Ne, haben sie noch nicht einkassiert. Boah, der ist echt an der gleichen Pose die ganze Zeit. Der geht mir irgendwie hart auf die Eier, mein Spot hier. Boah, ey. Fast Repair bringt's total, wenn man ein Repair Kit auch hat, haha. Oder so ein Repair Tool, scheiß da. Na, 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 na. Na, 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 na. Das bringt es wohl. Wenn ich bin... Mach nicht stauen. Ich bin gemessert. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Alter. Ach, das ist ja ernst. Von wo... Ach, der ist da hingef... Boah, ey, die ganzen... Alter. Es kommen so von oben, man, ey. Boah, weißt du was, was ist denn das für ein scheiß fucking Huren? So ein Squirt, sag ich mal ganz ehrlich. Ich mein... Warum sind die jetzt nicht da oben? Das hat doch gar keinen Sinn. Alter, ey. Spawn sterbt direkt, ey. Super, und der belebt sich wieder, ey. Der scheiß Ego-Medic, ey. Kann auch nicht eine normale Spritze nehmen, um andere wieder zu beleben. Ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dass sie das rausnehmen, ey. Das ist sowieso ein scheiß Eliminator-Modus in COD. Kommt irgendwie so hin. So. Hier, du steckst das Ding! Ja, komm, komm! Ne, gekillt die Sau. Leider nicht. Der ging nochmal in Deckung. Kleiner Pussy. Da ist doch einer. Der ist noch ein... Ne, gut. Der ist down. Haben wir das schon von hinten? Alter, wie viel... Oh, hell. Ja, der Held, ey. Du bist wirklich so ein Held, alter. Wow. Ich hab wieder so ein richtiges Spongebob-Schwammkopf, sag ich mal, Team, ey. Ich mein, besonders die Sniper, die die ganze Zeit oben aufs Gebäude da sind, ey. Die machen doch da gar nichts. Kannst du mir doch nicht erzählen, ne? Da. Da. Okay, das ist ein Kollege. Problem. Soweit, gut. Oh, Mann. Ja, findest du doch nicht. Oh, Mann. Da oben. Okay, die Distanz war natürlich nicht so hoch. Aber ich geb die P90, muss ich ehrlich zugeben. Also die macht einen geilen Schaden, ist auch recht präzise. Also da gab's echt nichts zu meckern. Kann ich echt nicht sagen, ey. Waffe ist kacke. Ich find die Waffe nice. Aber ganz ehrlich, wie? Wie? Boah, und da ist wieder so ein Sniper. Der hat den gekillt. Oh, ey. Ganz ehrlich. Was sind das für ein Scheiß? Was macht er hier? Also. Komm zurückgefahren. Ich hab schon wieder fertig. Ich hab das irgendwo nicht mal einfach. Oh, ne. Mann. Da hinten ist auch noch. Hey, was ist denn das für eine scheiße Runde? Hey, ganz ehrlich. Überhaupt, wie ich mich anstelle. Da hätte ich echt zur Waffe, äh, zur Pistole rutschtwitschen. Sondern den von hinten mir, den einen geben, ey. Aber nee. Äh, das ist das Ganze, das Workdown. Das ist ja wunderbar. Ja, der ist aber wirklich leer. Der Heli mir noch oft die Eier, ja. Ja, ja, klar. Warum denn nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein Fakke. Was sind das denn? Ah, das ist ja. Hammer nervig. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ah, haben wir ein paar Teams mit Charm Start. Also so nur einen geilen Winner Team. Oh, ne. Oh, das find ich aber schön. Oh, mein Team kann hier gar nix. Das wünsch ich mal lieber das Team. Oh, das gewinnt ja hier. Ist ja wunderschön. Wenn ich das schon wieder hier sehe, ne. Kommt mir leicht, äh, die Kotze hoch. Mach ja das so. Alter. Ey, ganz ehrlich. Ich seh die ganze Zeit. Kein und auf einmal steht der da und... Boah. Ey, Mann. Was ist denn das für ne Kackrunde, Alter? So, das Grott ist hier komplett voll und alle sterben immer gleichzeitig oder was? Oh, ne. Super. 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 Jetzt bin ich hier am Arsch der Welt ohne Fahrzeug, Alter. Was ist denn das für ne Kackrunde, ey? Ist wirklich kein Fahrzeug. Was ist denn das für ein Scheiß? Boah. Jawoll. So. Ey. Es gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Alter. Ich hab nicht mal eigen gekillt. Also irgendwie geht mir... Ich hab schon schon auf die Eier. Super. Steckt kein Kill, ey. Ich schieß nur auf Fleisch, ne. Ja, Zeit für jemanden. nicht alles, nicht alles. Ich hab den Scheiß, Herr Kackle. Ich hab die Älvkarte b Creator. Ah. Mann, Mann, Mann. Wir haben nur noch einen Raketenwerfer, oder wie schaut's aus? Ach doch, da ist Dinger. Da. Ah, jetzt würde ich mir den Scheiß hier gehen. Gut. Die Kaffee sind uns. Du wirst nur machen es nur noch mal. Komm schon. Ausstrahlen. Jetzt würde ich mir nur so einen Scheiß hier machen. Boah, ja! Wir haben sogar zwei. Ist das echt euer Ernst? Super. Verzähl dich halt, Pussy, du. Ja. Jetzt kommt sie wieder her. Jetzt kommt er wieder her. Ist ja wunderschön. In den Mütten. Wunderschön, ne? Na ja. Dafür am Ende noch mal ein bisschen was gerissen hier. 2113, aber trotzdem, ja. Naja. Ich würde mal sagen, ab hier werde ich das mal in diesem Part beenden, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Part vor. Bei der Field Hardline. Peter, Peter, haut da rein!